Nur wenn wir sagen können, der Geist des Herrn, mut auf mir, sind wir in der Lage, so zu sein wie Jesus. Gott hat eine Flamme für jeden Kopf. Wenn du in den Himmel kommst und du hörst jemand mit heiserer Stimme Halleluja rufen, dann darfst du wissen, Reinhard Bonnke ist vor dir dort angekommen. Oh Halleluja! Vor Gott ist eine Seele, eine Seele. Die Seele hat keine Hautfarbe. Jeder, der das Evangelium mit seiner Zunge bezeugt, hat wahre Größe in seinem Mund. Halleluja! Gelobt sei der Name des Herrn. Der Heilige Geist kommt, andere Sprachen. Versteht ihr das? Gott hat fantastische Pläne. Rettungspläne. Für alle Welt ist Rettung da. Im Gnadenstrom von Golgatha. Gelobt sei der Name des Herrn. Halleluja! Halleluja! Vielen Dank.